Herzlich Willkommen Leute, ganz wichtig, WECO hat eine Aktion gestartet, die heißt die Top 3 der besten privaten Feuerwerk-Fan-Seiten und ihr seht, ich bin die Nummer 10, ich bin dabei, also ich bin unter die 1 bis 10, also unter die 10 besten privaten Feuerwerk-Fan-Seiten, heißt jetzt wird gevotet bis 3.12., also von 12.11., also seit Mittwoch bis 3.12., das ist der Mittwoch, also ja, von Mittwoch bis Mittwoch und ich bitte euch, votet für mich, also es wird für euch natürlich eine Belohnung geben, es soll jetzt keine Erpressung sein, aber wenn ich unter die ersten 3 komme, also erster werde ich sicher nicht, das ist High Speed Fireworks, das ist klar, aber wenn ich, sagen wir mal Dritter wäre, gibt es ein mega Raritäten-Gewinnspiel, also von den ganzen Raritäten, wo ich jetzt gekauft habe letztens, die letzten Wochen verlose ich dann Sachen an euch als Belohnung für eure Mühen, dass ihr mich unterstützt, ja, ich bin auf jeden Fall auch nächstes Jahr Jury, also in der Jury Juror von diesem VEKO Community Award 2015 und ja, wie gesagt, ihr habt bis 3.12. Zeit, also ist auf jeden Fall noch viel Zeit bis dahin. Ja, der Link ist dann entweder in die Kommis, also in die Kommis und in der Videobeschreibung. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust gehabt, jetzt extra noch eine Bildschirmaufnahme und mit Headset und so weiter, das geht jetzt hier so schneller. Ja, und wie gesagt, in die Kommentare einfach schreiben, ähm, Hashtag 10. Mir müsst ihr nicht schreiben, dann unterstützt ihr mich und es gibt, wie gesagt, ein mega Raritäten-Gewinnspiel für euch als Belohnung, wenn ich unter die ersten treibe. Also, das war's auch schon. Ich bin echt überrascht, dass ich überhaupt aufgestellt wurde, habe ich nicht dran gedacht oder dran geglaubt und ja, ich hoffe, ihr votet für mich fleißig. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.